Musik Musik Oh man Tag, heute ist Dienstag Der drein... Was ist das? Nochmal Nochmal, so geht der nicht Tag, heute ist Dienstag Der 23. Februar 2016 Die Sonne versucht sich durchzukämpfen Und ich häng immer noch einen Tag an der Hand mit meinen Videos Aber ich bin auf einem guten Weg Das Video vom Sonntag ist jetzt veröffentlicht Und das Video von gestern, vom Montag Da setze ich mich gleich ran Aber erstmal Kaffee Musik Musik Ich habe ja nun gerade das Video vor Sonntag veröffentlicht Mit dem Hundeschlitten Schlittenhunderin Schlittenhunderin Schlittenhunderin, so ist richtig Ich muss mich da immer etwas angebönen Damit ich es immer richtig sage Naja, jedenfalls fand ich vier Hunde an so einem Schlitten Der sicherlich nicht leicht ist Auch wenn da manche aus Carbon sind Aber das waren wahrscheinlich eher schon so Die Einfacheren, die da am Start waren Zumindest für die, die da ab und zu einfach mal mitgefahren sind Weil sie irgendwer sind Naja, wie auch immer jedenfalls Fand ich vier Hunde an so einem Schlitten Schon wenig Gerade die Stelle da hinten in Albeck war ja mit dem Sand schon Ich weiß nicht wie der Rest der Strecke aussah Aber das war richtig schwer Daher gesehen Vier Hunde vor so einem Schlitten Das ist ein 50 Kilo wiegen Ich weiß nicht Plus ein Kerl da hinten ran Der auch noch mal fast 100 Kilo wiegen kann Keine Ahnung Ich fand das zu wenig Wir essen mit ihm Deine Ahnung Das war er real Der必abste Die Lust wie ein Schwein zum Pfeifen, aber jetzt machen, ich muss. So, Feierabend, ich glaube, das war heute wieder so eine Luftnummer am Block, ich bin heute auch echt im Arsch, zum einen natürlich, weil einem die 6 Tage Wochen irgendwie in den Knochen stecken, garantiert, und zum anderen ist heute wirklich wenig los gewesen, und wenn wenig los ist, ist es irgendwie genauso schlimm, wenn nicht sogar noch schlimmer, als wenn viel los ist, ich weiß auch nicht warum, aber dann steht man sich nur die Beine am Bauch, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie ist man wirklich mindestens genauso kaputt, als wenn wirklich viel los ist. Naja, jetzt brauchen wir nicht lange rumfasen, wir machen jetzt noch einen Cover und dann setze ich mich ans Video mit von gestern fertig machen, und das von heute mache ich dann morgen, wenn ich dann noch so weit komme, wie ich den Kaffee mache, brauche ich jetzt auch nicht filmen, habt ihr alles schon tausendmal gesehen, das stimmt nicht, 195 mal oder so, naja, gut, alles klar, danke trotzdem für eure Aufmerksamkeit und bis morgen, bis morgen. Ich bin auch nicht ans Wache, tschüss.